Noch ein bisschen runter? Ah, stopp, nicht so weit. Will ich hier wieder hoch? Hoch, hoch, hoch. So, stopp. So, okay, bist du bereit? Ich bin bereit. Soll ich die Schilde von Lettfeuer ausmachen? Das ist vielleicht nicht schlecht, oder? Wir haben übrigens fünf Zuschauer jetzt. Hör auf. Die Schilde sind aus. Okay, ich probiere das jetzt. Okay. Oh. Hast du nicht gesagt, die Schilde sind aus? Ich hab's ja eigentlich ausgemacht. Aha. Warte. Also, hier bei mir zeigt's ja... Jetzt geht's durch, jetzt geht's durch. Es geht durch. Okay. Weißt du, was das Blöde ist? Das ist ein verdammt schwieriger Rock. Wenn der explodiert, dann haben wir richtig Spaß. So, ich bin mal bei 100%. Ich geh da ein Stückchen runter. Nein! Nicht bewegen! Soll ich mal aus meinem Sitz aussteigen? Ja, genau. Geh mal hinten ins... Geh mal hinten gucken. Mach mal. Theoretisch sollte das Schiff hier bleiben. Ich muss mal näher ran, sonst kann ich nicht erhöhen, die Energie. Wobei... Ah, stopp mal. Ich hab keine Kalkulation mehr von dem Rock. Moment. Oh, oh. Äh, hör, lässt du wohl... Ah, Entschuldigung. So, jetzt geht's wieder. Hi, siehst du mich? Ja, ich seh dich. Mach keinen Unfug jetzt. Ich muss jetzt mal die Energie erhöhen. Okay, ich steh daneben. Guck mir das mal so an. Wir gehen jetzt weiter weg davon. Du weißt, was mit Setti passiert ist. Warte, ich hab eine Idee. Wie kann ich mich hinlegen? Nein, da nicht drunter her. Ja, du bist total wahnsinnig. Ich guck's bitte, da ist Trieber. Der Punkt da drunter. Wo er geht. Oh, oh. Wir sind im Obertaum. Ich hab dir gerade gewogen, aber das sieht man leider nicht. Ich bin noch nicht nah genug dran. Ich kann da auch gerade nicht drauf achten. Tut mir echt leid. Aber ich muss dran... Ich kann hinter dem Stream da drauf achten. Achso, ja. Wir sind noch an die Tür ran, so dass man es besser sehen kann. Vielleicht kann noch ein Chippen da anziehen. Ja, da hab ich einmal auf dich geguckt, da wird das Ding wieder rot. Ja, guck nicht auf mich. Du bist beschäftigt. Arbeite. Voll geil. Jetzt guck ich hinter dem Stream. Jetzt wink ihm. Ich winke dir. Ja, aber dein Schiff wurde verschoben. Aber ich lebe noch. So, stopp. So. Sollte gehen. Okay. Ich hab die Schilde, glaub ich, noch an. Kommst du da durch? Oh, das war der Falsche? Ja, aber ich komm durch. Aber es fliegt irgendwie unter deinem Schiff her. Na, wir werden sehen. Bist du bereit? Ja. Wow! Ich lauf mal, ne, ich lauf nicht durch. Ich robbe drunter her. Safety first. Ja, ich geh schon wieder raus. Warte mal. Ist da mal meine, blem mal da. Ich geh mal neben den Captain. Kann ich doch? Ich bin hier enttischt, ja. Oh, warte, warte, warte. Ganz auf Vorsicht. Hallo, geh mal weg da. Was laserst du dich hier an? Das ist mein Schiff. Okay, okay, okay. Jetzt. Ich bin auf der falschen Seite, muss auf die andere Seite. Warum denn? Ich will ihm nur überwinken. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Nicht gut. Mach aus! Lass mich raten, du hattest die Schilde aus, oder? Nein! Vor allem, ich sag dir, mach den Laser aus. Was macht der Laser? Sag weiter. Ich hab den Knopf nicht gefunden. Ich hab's genau im Stream gesehen. Nein, ich hab den Knopf nicht gefunden. Ja, ja.